So, da sind wir da kommen, vom Auto Meilen herzukommen, ist gleich mein Stadion vorbei. So, ist der Maschine FKB-Stadion vorbei, da ich mir gleich mein Stadion ziehe. So, der FKB spielt zwar seit Rettunallega zu fest, ja, aber das ist jetzt nicht abgebrochen, aber da weiß man nicht, ob die Saison weiter gespielt wird. Anfang September weiß man noch nicht, ob es noch nicht terminiert ist. Da sieht man noch ein Stadion. Da steht FKB-Stadion, da ist der Haupteingang. Da kann man die Karte kaufen. Wenn wir ins Stadion rein dürfen, weiß man noch nicht, ob ich im Stadion kenne. So, dann machen wir schön weiter. Ich bleibe da vorne an der schöne Armee vorbei. Da geht's hier hin. Da geht's zum, äh, da geht's zum Busami. So, schön weiterlaufen. Und da haben wir schönes Wetter. Guck mal, was das schönes Wetter ist. Da ist, da, wolkig, starbe Welk und, und, ähm, starbe Welk, wolkig, leichtbe Welk. So. Und, ähm, wir haben heute, äh, 21 Strat. Da geht noch eine Firma. Und mal gucken, wie der heißt. Heißt. So. So. Das ist die nächste Firma, der heißt InStyle. Steht da drauf, Name. So. 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 Das ist deine Kunstrasen. Es gibt nur eine Rasen. So kann man das schön sehen. So, jetzt sag ich mir da, eine Kunstrasen, so ist der schöne Platz. Jetzt kommt dann noch eine andere Rasen. Und das sind zwei Kunstrasen. Da kann man trainieren und Fußballspiele machen. Jetzt weiter. Jetzt zeige ich euch noch was schönes, wo man spielen kann. Da gibt es nur einen schönen Spielplatz für euch. Da gibt es nur einen schönen Spielplatz für euch. So. Jetzt sage ich nochmal was schönes. So. 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 Jetzt können wir Volleyball spielen und dann auf der anderen Seite Rosa ist Beachvolleyball. Dann kann man noch Basketball spielen auf dem Kleinspielfeld. Jetzt lassen wir schön ein bisschen weiter. Lassen wir am FKB Stadion vorbei. Und dann noch an THW. Jetzt zeichnen wir wo die Busse rauskommen. Nein. Jetzt zeichnen wo die Busse hinstellen. Am Stadion. Das ist wunderbar. So. Da. Da kommen die Gäste Bussen rein. So. Aus der Auswärtsmannschaft. Die Gäste Bussen. Jetzt sind wir schön weiter. So. Jetzt gehen wir am Stadion vorbei laufen. So. Jetzt zeichnen wo der Bus rein fährt. Und das ähm. Die Kasse. Wo man rein. Stadion gehen darf. Und das ähm. Wo man rein. Stadion gehen darf. Die Gäste sind hier. Zu deiner Busse raus. Wir sind gleich soweit. nur 100 meter das immer von vom start eintritt so, jetzt sind wir schon da da kommen die geste busse rein da ist der stadion da ist das einlass da gehen wir rein so, jetzt geht es weiter, gehen wir zum THW THW da da haben wir noch ein Stückchen vor da haben wir einen schönen garden so, jetzt darf man sich hier wieder vorbei, eine Maier-Wer-Stadt so und da sind wir fertig so so da kommen wir in die Wehr-Stadt das ist meine Firma da start auf so 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 da könnt ihr mal besuchen gehen so ich wünsche euch einen schönen Samstag so das war ein schönes Video so so wir sehen uns wieder weiter ich mache ich mache nicht mal wieder Videos dreh nicht mehr wann das wieder los geht so tschüss 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 tschüss